Heute ist wieder Filmfreitag und heute ist ein trauriger Tag. Wir schminken nämlich heute die letzte Disney-Horror-Prinzessin. Ich bin aber heute gemein und sag euch nicht wen. Das heißt, das müsst ihr selber herausfinden. Erster Tipp. Orangene Augenbrauen. Zweiter Tipp. Sommersprossen. Okay, wie gut hab ich das gerade gemacht? Dritter Tipp. Orangene Lidschatten. Naja, eigentlich trägst du keinen Lidschatten, also macht das grad keinen Sinn. Vierter Tipp. Und jetzt werdet ihr es hoffentlich wissen. Die Perücke. Ich mein, wenn ihr es jetzt nicht wisst, dann kann ich euch auch nicht weiterhelfen. Mein letzter Tipp, okay. Pfeil und Bogen. Und damit schieße ich mir jetzt in den Hals. Und hier haben wir den fertigen Look. Na, wer bin ich? Die Auflösung und ein süßes Bild dazu ist auf Instagram.